Hilfe, kann mich jemand hören? Hilfe, ich ertrinke! Haha, du hast keine Angst! Oh, danke junger Mann! Danke, dass du mein Leben gerettet hast! Sie müssen sich bei Roasting Jack bedanken, verehrteste! Bitte! Danke! Gerne! Kann ich mir dein Schwert ausleihen? Ich will unbedingt lernen, wie man es wirft, so wie du! Ein wahrer Pirat verleiht seine Waffe niemals! Ansonsten ist er die längste Zeit Pirat gewesen! Es ist doch nicht das Schwert, das sich zu einem Piraten macht! Roasting Jack ist mehr als nur ein Schwert! Es ist ein Familienerbstück! Okay, sollen wir zum Baumhaus gehen? Ja! Na dann los! Oh nein! Suchst du vielleicht das hier? Gib es mir sofort wieder zurück! Toll doch nochs! Wie viel Öfff... Hey, Jules! Fang! Komm! Eimer und Schaufel, oder Leben? Da brat mir doch einer den Storch. Was ist denn mit Jim los? Er sieht aus wie eine zerquetschte Makrele. Das ist nicht Jim. Das ist dieses Käferauge-Brandt. Was? Tatsächlich. Aber Jim wird ihm schon zeigen, wie ein Jolly Rogers seine Piratenhähre verteidigt. Beim Jupiter. Es ist wie leichter, als ich dachte, ein Pirat zu sein. Besonders mit diesem Ding hier. Ich will auch wissen, wie sich das anfühlt. Darf ich mal damit spielen? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Dafür wird dieser verdorbene Seeigel bezahlen. Und was jetzt? Greifen wir an? Ähm, jemanden anzugreifen ist eine ernste Sache. Das muss man planen. Man muss die Situation richtig einschätzen. Da kann man nicht einfach ins kalte Wasser springen. Wir holen uns ein Duplikat, binden einen Faden dran und tauschen es gegen Roasting Jack ein. Mir gefällt sein Piratenkostüm echt gut. Oh Gott, mach dich bereit, den Zorn eines echten Piraten zu spüren. Ein stolzer Pirat fürchtet sich nicht vor lahmen Landratten. Hör mir mal zu, der einzig wahre Pirat hier ist Jim. Und er wird jetzt gleich Hackfleisch aus dir machen, klar? Stimmt's, Jim? Ein stolzer Pirat fürchtet sich nicht vor lahmen Landratten. Eisherr oder Leben? Nein, mein Eis! Was ist denn das für eine Geschmacksrichtung? Verdorbene Qualle mit Stückchen? Mein Eis! Jetzt mach doch endlich was! Tja, heute ist unser traditioneller Friedenstag. Da darf ich gar nicht kämpfen. Wenn dir ein gewisser jemand nicht helfen will, dann kaufen wir dir eben ein neues Eis. Seit du deinen Roasting Jack verloren hast, bist du nur noch ein kleines feiges Huhn. Darf man nicht mal einen offiziellen Feiertag abhalten, ohne gleich beleidigt zu werden? Hey Jim, komm und sieh dir das an! Es ist widerlich! Diese Ratte! Du Schurke, na warte, du kriegst mein Schmerz zu spüren! Das ist gute alte Piratensprache, Bürschchen! Halt! Der Zutritt hier ist nur echten Piraten erlaubt! Feindliche sind doch höchstens noch als Haifischfutter zu gebrauchen! Dieser Junge ist mehr Jolly Rogers als irgendwer sonst hier! Was? Ich bin doch dein Enkel! Alle Enkel, die ich habe, sind waschechte Piraten, so wie er! Du! Du konntest doch noch nicht mal auf dein Roasting Jack aufpassen! Jim braucht aber kein albernes Schwert, um ein echter Pirat zu sein! Dieser Feindling! Und so, was nennst du Pirat, ja? Also ich tu das nicht! Ich bin Brint, der Brutale! Hier, schau mal! Ich habe ein Duplikat von deinem Schwert gemacht! Damit wirst du dir das echte Roasting Jack zurückholen, ja? Danke schön! Aber das wird nichts ändern! Opa hatte recht, ohne Roasting Jack bin ich kein Pirat! Oh, dieses Gerede von echten und falschen Piraten nervt! Komm mal mit! Ich zeig dir was! Das ist der Weltuntergang! Was soll ich nur ohne meinen Rasenmäher machen? Ich habe seit meiner Geburt noch nie einen Rasenmähtag ausgelassen! Siehst du, man braucht keinen Rasenmäher, um den Rasen zu mähen! Ich wurde bestohlen! Jemand hat meine Bingo-Steine geklaut! Na, also wirklich! Was denken Sie sich eigentlich dabei, hier so rumzuspucken? Oh! Die könnte ich doch als Steine benutzen! Und die wären auch noch biologisch abhober! Das ist Beschädigung von öffentlichem Eigentum! Oh, äh, wo habe ich denn meine Trillerpfeife gelassen? So, danke! Ich brauche das kurz, um meine Pflicht zu erfüllen! Siehst du, man braucht keine Trillerpfeife, um ein Polizist zu sein! Und du brauchst erst recht kein Roasting Jack, um ein echter Pirat zu sein! Du hast recht! Ich muss mir zurückholen, was mir gehört! Mit oder ohne Roasting Jack! Weniger als sechs Sekunden, um mich zu verschnüren! Soweit ich weiß, ist das ein Rekord! Du bist wirklich ein Pirat! Ha, ha, ha! Nicht so wie der Hertha hat diese kleine Säge aufgelassen! Nimm sofort deine dreckigen Pfoten von meiner Waffe! Na los, Jim! Grant mag zwar mit Roasting Jack wie ein Pirat aussehen, aber er ist letzten Endes immer noch nur ein Hühnchen! Ja! Lass nicht zu, dass er auf unserem Schiff abhält! Keine Fremden auf meinem Schiff! Ach, du dreckiger Kleiner, vergilbter Tentakel! Vergilbter Rüsselkäfer, Matrose! Rüsselkäfer! Das war's dann wohl, X-Pirat! Komm schon! Keine Gnade für das Muttersöhnchen! Nicht so schnell! Was? Du hast Roasting Jack verloren! Verschwinde von meinem Rasen, du Hobby-Pirat! Bitte nicht schießen! Ich bin ja schon! Diese dreckigen kleinen Piraten müllen hier mal wieder alles voll! Warten Sie! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Hilfe! Oh, ihr dreckigen Ratten! Du lässt Matilda auf der Stelle frei! Hast du verstanden? Ach ja? Du kannst es ja mal versuchen. Aber wir sind zu dritt und du bist alleine. Das stimmt nicht! Juhu! Hey, Leute! Schaut mal, was wir auf dem Dach eines Autos gefunden haben! Ich glaube, das gehört dir, Tim! Hier! Wir Piraten sind doch im Krieg immer fair! Nicht so wie manch anderer! Nein! Los, mach schon, Jim! Steck ihm raus! Die Zeige ist an den Gurgel! Diesen wirst du zu Lüge! Aber Trent hat doch hosting Jack-Opa! Ja, wenn das so ist, weiter so, Brink. Ich bin deinen Gegner in den Knie. Nein, bravo, Jim. Oh, wenn das ist, möge der Beste gewinnen. Ich bin der beste Pirat von allen, klar? Der stärkste, der Blutröhr. Jim, du bist der Beste. Hurra. Ich wusste, dein Lieblingsenkel. Tja, du hattest recht, Mathilda. Es ist der Pirat, der das Schwert ausmacht und nicht andersherum. Ja, toll, Jim. Aber ich würde jetzt gerne wieder hier runter. Roasting Jack, die Zeit ist gekommen, dass du zu einem anderen Piraten gehst. Und du, dich nenne ich... Ähm, also ich nenne dich Roasting Jack Junior. Nein, ich nenne dich Mega-Röster. Nein, äh, brutale Klinge. Oder Drehspieß. Oder besser Aufspießer. Hm. 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 Maja. ? Das ist Nobel. Wahnsinn. Keinbar. это Beste da. Drehspieß. ningen 11 Catalog rugstellung. JPM